Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir ganz kurz die Elemento AI vorstellen, denn Elemento hat vor kurzem eine Roadmap für dieses Jahr hergezeigt, beziehungsweise hat eine Art Webinar, eine Online-Konferenz gemacht und daher ich mich ja viel auch auf diesem Kanal damit auseinandersetze, wollte ich dir das jetzt heute mal ein bisschen näher bringen, was denn da kommen wird. Und ich habe dir auch den Link zu dem Video, beziehungsweise auch den Link zu den Informationen unten dazu in die Beschreibung gepackt, sodass du dir das auch einfach dann nochmal in eigenen anschauen kannst. Denn die Elemento AI ist sozusagen eine Integration direkt in Elemento, die du dann nutzen kannst, um eben die künstliche Intelligenz hier auch zu nutzen. Es gibt hier ein paar Anwendungsbeispiele, die uns Elemento da in dem Video auch zeigt. Das heißt zum Beispiel eben wie hier, du kannst einen Text schreiben, wo du eben der AI sozusagen direkt in Elemento kurz beschreibst, was du da möchtest. Das heißt so einen Prompt eingibst, der dir dann das rausgibt, was du benötigst. Text ist natürlich nur ein Anwendungsbeispiel, die sie hier zeigen. Das heißt hier sagen sie natürlich, du kannst das einfacher machen oder kürzer machen. Das heißt, das kannst du direkt auch in Elemento machen. Was viel spannender ist, ist natürlich auch, und das haben sie in einem späteren Zeitpunkt gezeigt, dass du eben nicht nur Textanwendungen hier dann findest, sondern eben auch, und das wird wahrscheinlich für die meisten von euch spannender sein, denn wir alle kennen ChatGPT und andere Themen, wo es vielleicht spannender ist, dass man sagt, ich möchte einen Code oder irgendetwas haben, dass man den dann auch dort einfügen kann. Was natürlich auch die AI mit sich bringt, sind Übersetzungen, wie wir es jetzt auch hier im Hintergrund sehen. Das heißt, er übersetzt einfach die ganzen Teile oder die Überschriften, die wir hier sehen, übersetzt er und macht das Ganze. Und ihr könnt es natürlich in jedem Punkt von Elemento dann nutzen, was ganz cool ist, denn im Normalfall wird es auch so sein, dass natürlich die AI auch unter Anführungszeichen ein bisschen auf Elemento eingestimmt ist. Das heißt, die wird wahrscheinlich auch schon ein bisschen gefüttert sein, so dass die Elemento sehr gut kennt. Da auch nur zur Info, also ChatGPT kann Elemente auch relativ gut stylen, beziehungsweise auch ganz gut eigentlich einschätzen und euch auch CSS-Code zum Beispiel für verschiedene Elemente und Elemente auch geben. Was fast ein spannender Case ist, den wir jetzt hier zum Beispiel sehen, ist eben, du möchtest einen Hover-Effekt haben. Und hier kannst du eben mit dieser AI coden. Das heißt, hier sagt er zum Beispiel, er möchte für diese Images im Hintergrund möchte er einen Hover-Effekt haben, der sich eben ändert. Das heißt, er geht eben von Grayscale zu vollen Color mit einer Transition und er gibt euch sozusagen den CSS-Code aus, den könnt ihr einfügen und dann funktioniert das auch schon. Das heißt, die Anwendungsbeispiele hier werden halt ziemlich stark, beziehungsweise gibt es natürlich einige Punkte, wo das dann spannend wird, so wie auch in diesem Beispiel, dass du hier so einen Service hast und du möchtest den animieren, beziehungsweise auch scrollen lassen. Du nimmst die AI und sagst dem, hey, ich möchte den Text, dass er von links nach rechts sich bewegt oder durchläuft. Er gibt dir diesen CSS-Code, du fügst ihn ein und durch Scrollen bewegt sich der Text. Die Bewegungseffekte haben wir jetzt ja hier auch schon drinnen. Das heißt, die Bewegungseffekte sind ja zum Teil schon vorhanden, aber die Elementor AI wird das natürlich die Spur unkomplizierter machen, denn wenn du jetzt derzeit zum Beispiel mit ChatGPT etwas machst und dann müsstest du das ja einfügen, dann müsstest du schauen, ob das funktioniert, sind die Klassen aufeinander abgestimmt, also die CSS-Klassen etc. Das ist natürlich etwas, was ein bisschen komplexer ist, deswegen bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ein weiteres Beispiel, was sie hier noch zeigen, ist auch HTML-Code, den du im Endeffekt komplett schreiben kannst. Da werden natürlich auch Vorschläge gebracht, also Prompts, die du nutzen kannst. Hier im speziellen Fall haben sie dann noch in der Konferenz auch gezeigt, dass sie eben einen iFrame mit einer Spotify-ID, beziehungsweise einer Playlist hier einfügen und genau, machen dir das Leben im Endeffekt da einfacher. Das ist ähnlich auch mit Bildern, die auch kommen sollen. Das ist eben so dieser Cliffhanger, den sie da hinterlassen haben. Das heißt, ich nehme mal an, dass sie es vielleicht auch mit der OpenAI verbinden oder in ähnlicher Form, dass man hier einfach dann sagen kann, okay, ich kann jetzt auch Bilder generieren und auch andere Themen. Da wird man dann sehen, wie das ausschaut. Ich wollte dich davon nur in Kenntnis setzen, weil ich jetzt, glaube ich, einen spannenden Anwendungsfall finde. Wenn dich das interessieren würde, ich habe letzte Woche ein Video hochgeladen zu dem Thema WordPress-Plugin und ChatGPT und wie gesagt, werde jetzt über dieses künstliche Intelligenz-Thema weitersprechen, weil es dir deinen Alltag und auch den meiner Kunden leichter macht, wenn man eben dafür einen Einblick hat, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie auch die künstliche Intelligenz, die ich unterstützen kann. Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass die das komplett alles abnimmt, sondern es ist eben so, wenn du lernst, mit dieser künstlichen Intelligenz zu arbeiten, mit der zu kommunizieren, eben Prompt Engineering, beziehungsweise auch Prompts zu lernen, dass du hier auf jeden Fall weiterkommst, weil du eben CSS und Coding und Programmierung in kleiner Form eben integrieren kannst und dadurch sozusagen deine Webseiten, ohne dass du jetzt Programmieren lernen müsstest, auch auf den nächsten Step bringst. CSS zum Beispiel ist eine mächtige Sache. Mit CSS kannst du vieles steuern, also vor allem auch vom Aussehen, was die meisten ja wollen. Das heißt, das, was man im Frontend sieht oder was man im vorderen Bereich sieht. Dementsprechend ist der Elementor wirklich am Zahn der Zeit, dass man da auch eine Integration macht. Da bin ich nur gespannt, ob die zusätzlich etwas kosten wird oder auch nicht. Ich kann dir auch generell empfehlen, jetzt noch zum Abschluss, dass du kurz in die Roadmap reinschaust, was denn da alles kommt. Es kommen noch andere sehr spannende Themen. Sie haben sehr viel zwar über das Hosting gesprochen, das sie anbieten, aber auch eben über Erweiterungen. Was sie auch announced haben, beziehungsweise was vor kurzem released wurde, ist das Mega-Menü, was ich euch auch nochmal hier auf dem Kanal vorstellen werde. Aber mir ist einfach nur wichtig, dass ich euch heute mal dieses Video gezeigt habe und auch gezeigt habe, okay, Elementor AI kommt, beziehungsweise das wird ein Thema, bis hin zu den Bildern, CSS und Text. Das haben wir schon gesehen jetzt heute in dem heutigen Video. Und sobald ich hier eine Beta habe, werde ich euch auch hier die ersten Dinge zeigen, einfach weil das ein super spannendes Thema ist. Und wenn du vorab schon damit arbeiten willst, kann ich dir eben empfehlen, solche Sachen wie ChatGPT zu nutzen und die in Kombination, wie in meinem letzten Video. Und würde mich auch sehr freuen, was dich zu dieser ganzen Thematik vielleicht noch mehr interessiert. Dann lass mich das gerne in den Kommentar wissen. Wenn du weitere solche Videos haben willst, dann lass mir gerne ein Abo da und aktiviere auch die Glocke, so dass du auch keine Videos mehr verpasst. Wenn du Fragen zu diesem speziellen Thema hast oder auch zu Elementor oder anderen Themen, würde es mich, wie gesagt, umso mehr freuen, wenn du das einfach in die Kommentare schreibst. Dann weiß ich nämlich, was ich das nächste Mal für euch vorbereiten kann. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Designen und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video.